Mit einer logischen Prüfung kann man herausfinden, ob etwas wahr oder falsch ist. In Excel sowie in vielen anderen Softwarebereichen benutzt man diese logische Prüfung normalerweise, um abhängig von gewissen Bedingungen etwas zu tun oder nicht. Normalerweise gibt eine logische Prüfung immer wahr oder falsch zurück. Ich überprüfe also, ist diese Zahl oder das, was in dieser Zelle steht, größer als 100, entweder ja oder nein. Und dann kann ich mit dem Ergebnis etwas machen. Im Excel gibt es noch eine interessante Funktion, die den Namen oder trägt. Mit der Oder-Funktion kann ich verschiedene logische Prüfungen durchführen. Und die Funktion gibt mir dann wahr zurück, wenn mindestens eine dieser Prüfungen wahr zurückgibt. Alle anderen können zum Beispiel falsch sein. Es können aber auch alle wahr sein. Und wie das funktioniert, wollen wir uns in diesem Video kurz zusammen anschauen. Wir sehen hier oben zunächst einmal grundlegend den Aufbau der Oder-Funktion. Mit dem Funktionsnamen Oder und dann den Parametern Wahrheitswert 1, Wahrheitswert 2 und so weiter. Wir brauchen eigentlich nur den ersten. In diesem Fall wäre es allerdings wahrscheinlich einfach witzlos. Denn wenn wir nur eine logische Prüfung machen, dann bräuchten wir die Oder-Funktion nicht. Wir wollen uns jetzt ein ganz einfaches Beispiel anschauen. Indem ich hier in der Zelle E7, die ich jetzt noch einmal lösche, die Oder-Funktion verwende. Und wir wollen einfach nur überprüfen, ob einer oder mindestens einer dieser drei Werte wahr ist. Und in diesem Fall wollen wir auch hier wahr zurückgeben. Dazu beginne ich mit einem Gleichzeichen und der Oder-Funktion, die ich mit der Tab-Taste vervollständigen kann. Jetzt muss ich meine verschiedenen Wahrheitswerte angeben. Und ich habe bei der Oder-Funktion zwei Möglichkeiten grundlegend, das zu tun. Ich kann entweder die Parameter einzeln eingeben. Ich nehme also meine drei Zellen hier. Erst diese, dann ein Semikolon, die zweite und ein Semikolon, die dritte. Und sehe, dass ich hier drei Wahrheitswerte angegeben habe. Wenn ich das mit der Enter-Taste bestätige, dann sehe ich, dass ich hier auch wahr von der Funktion zurückbekomme. Das liegt daran, dass mindestens einer dieser drei, nämlich dieser hier, wahr war. Wenn ich diese Zelle jetzt auch auf falsch setzen würde, dann gibt mir auch meine Oder-Funktion falsch zurück. Denn keiner dieser drei Einträge beinhaltet wahr. Ich kann das Ganze allerdings auch noch anders eingeben. Und das ist hilfreich, vor allem dann, wenn ich hier viele verschiedene Dinge überprüfen möchte. Dann muss ich nicht die Zellen einzeln auswählen, sondern ich kann auch einen Bereich in Excel nutzen, indem ich einfach meinen Bereich hier auswähle mit der Maus. In diesem Fall sehe ich jetzt B7 bis D7. Ich kann das Ganze mit Enter bestätigen. Und auch dann bekomme ich das korrekte Ergebnis. Wenn ich jetzt hier einen meiner Werte wieder auf wahr setze, dann gibt mir auch meine Oder-Funktion wieder wahr zurück. Denn mindestens einer der Werte ist korrekt. Wir sehen auch, wenn ich das vervollständige, also zwei Werte sind wahr, dann ändert sich an meiner Oder-Funktion nichts. Und auch wenn alle drei Werte wahr sind, dann gibt die Oder-Funktion natürlich immer noch wahr zurück. Denn sie überprüft, wie gesagt, ist mindestens einer dieser Parameter wahr. Und wenn das der Fall ist, dann gibt die Funktion ebenfalls wahr zurück. Ansonsten falsch. Wir wollen uns jetzt hier unten noch ein kleines Beispiel anschauen. Wir haben verschiedene Entwicklungen für vier Quartale aufgelistet. Und wir wollen hier einen Bonus vergeben. Allerdings nur dann, wenn mindestens eine dieser Entwicklungen positiv war. Wir haben hier jeweils in einer Reihe zum Beispiel einen Teammitglied oder eine Abteilung und die entsprechende Entwicklung über die Quartale. Und wir wollen jetzt hier hinten einfach wahr ausgeben, wenn ein Bonus ausgezahlt werden soll. Und das ist der Fall, wenn mindestens einer dieser vier Werte positiv ist. Wir sehen also, wir müssen nicht direkt etwa wahr oder falsch in diesen Zellen stehen haben, sondern wir können auch das Ganze berechnen. Wir beginnen allerdings einfach damit, dass wir wieder die Oder-Funktion schreiben. Und dann drücke ich die Tab-Taste. Jetzt kann ich verschiedene Dinge kontrollieren. Und alles, was mich eigentlich interessiert ist, ist dieser Wert, der hier in der Zelle steht, größer als 0. Das kann ich dann entweder so machen, indem ich also sage, B11 ist größer als 0 und dann ein Semikolon und dann C11 auswählen, größer als 0 und so weiter. Wir haben ja aber auch schon einen kleinen Shortcut kennengelernt. Ich kann auch hier, auch wenn ich das Ganze noch vergleichen möchte, den kompletten Bereich auswählen. Ich wähle also meine vier Zellen hier aus. Ich sehe dann B11 bis E11. Und dann möchte ich jeweils überprüfen, ob das Ganze größer 0 ist. Und schließe meine Klammer und bestätige das. Und ich sehe, dass hier ein Bonus ausgezahlt wird. Denn wir haben zwei Werte, auch wenn eine sogar gereicht hätte, die über 0 sind. Ich kann das Ganze jetzt mal noch nach unten ziehen, sodass diese Funktion eben in jeder Reihe eingefügt wird. Und wir sehen, dadurch, dass in jeder Reihe mindestens ein Wert positiv ist, haben wir hier hinten überall eine Bonus-Auszahlung. Wenn wir das Ganze allerdings mal ändern, ich nehme mir zum Beispiel eine Reihe vor und schreibe überall vor meine entsprechenden Werte noch ein Minus, dann sehe ich, in dieser Reihe ist jetzt der Bonus nicht anwendbar. Denn wir haben hier nur negative Werte und die Oder-Funktion erkennt das richtig. Sie überprüft zwar für jeden Wert, ist das größer 0, ist das größer 0, das größer 0 oder das größer 0. Aber wenn kein einziger dieser Werte größer 0 ist, dann gibt auch die Oder-Funktion falsch zurück. Wenn dir dieses Video gefallen hat oder weiterhelfen konnte, dann freuen wir uns natürlich über ein Like und ein Abo. Und für den Fall, dass du mehr über Office 365 oder im speziellen Excel lernen willst, solltest du auf jeden Fall den Link in der Beschreibung anklicken. Dort findest du unseren Online-Kurs, mit dem wir schon Tausenden dabei helfen konnten, zum Microsoft-Profi zu werden. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, auch dich dort wiederzusehen. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, auch dich zu werden.